Jürgen Stoffregen ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und ehemaliger Fußballtrainer. Karriere Als Spieler bestritt Stoffregen für Hannover 96 von 1978 bis 1980 16 Zweitligaspiele. 1980 kehrte er zu seinem Stammverein TSV Havelze zurück, mit dem er aus der Verbandsliga Niedersachsen in die Oberliga Nord aufstieg und dort die folgenden acht Jahre verbrachte. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wechselte Jürgen Stoffregen ins Traineramt und betreute er in der Saison 1995 96. nach der Entlassung von Egon. Chordes von März bis Saisonende die Bundesliga-Mannschaft von Hannover 96 bei insgesamt 14 Spielen. Im Jahre 2001 führte er den SV Linden 07 in die Niedersachsen-Liga. Von 2004 bis zum 16. Dezember 2010 war er Trainer des TSV Havelze. Zur Saison 2011 zwölftel übernahm Stoffregen den Trainerposten beim niedersächsischen Oberligisten BSV Reden, mit dem er sich für die Regionalliga Nord qualifizierte. Im Januar 2013 wurde er Trainer des Oberligisten VfV 06 Hildesheim. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga Nord im Jahr 2015 beendete Stoffregen mit dem Klassenerhalt im folgenden Jahr seine Karriere als Fußballtrainer. Hauptberuflich ist Stoffregenleiter der Abteilung Wirtschaftsförderung und Marketing bei der Stadt Gabsen. Einzelnachweis Stoffregenseinsatzstatistik bei fußballportal.de BSV Reden holt Ex-Trainer des TSV Havelze. Neuer Trainer Jürgen Stoffregen übernimmt den VfV 06 AB Ulrich Hempen Nach 4 zu 2 Sieg VfV 06 Trainer Stoffregen hört auf In Hildesheimer Allgemeine Zeitung Gerstenberg Verlag 18. Mai 2016 Abgerufen am 18. Mai 2016 Mike Münkel Stoffregen beendet seine Karriere VfV 06 Hildesheim 18. Mai 2016 Abgerufen am 19. Mai 2016 Abgerufen am 19. Mai 2016